Hi, ich bin Christina und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In diesem Lernvideo geht es um das Thema lineare Regression. Was genau die lineare Regression ist, möchte ich dir mit einem Beispiel zeigen. Wir haben eine Stichprobe von n gleich 8 Personen. Und diese 8 Personen wurden jeweils nach ihrer Körpergröße in Zentimetern und ihrem Körpergewicht in Kilogramm befragt. Die erhaltenen Werte habe ich in einer Liste festgehalten. In der ersten Spalte steht die Person, in der zweiten Spalte die Körpergröße in Zentimetern und in der dritten Spalte das Körpergewicht in Kilogramm. Meine jeweiligen Werte kann ich auch in ein Punktediagramm abzeichnen. An der x-Achse steht die Körpergröße in Zentimetern und an der y-Achse das Körpergewicht in Kilogramm. Meine verschiedenen Werte habe ich als jeweiligen Punkt eingetragen und in diese Punktechar wurde eine Gerade gelegt. Die ist grün. Und diese Gerade lautet y mit Hut, das ist das vorhergesagte y, ist gleich 1,2x minus 126,73. Und warum genau diese Gerade durch die Punkte gelegt wurde, möchte ich dir nun zeigen. Die lineare Regression, also meine lineare Gerade, wurde so gewählt, dass ein bestimmtes Optimierungskriterium erfüllt wurde. Nämlich, dass man zum einen das durch die Gerade vorhergesagte y und das gemessene y, wenn man daraus die Differenz bildet und diese quadriert, dass das dann minimal werden soll. Das bedeutet, ich habe eine Abweichung jeweils von meinem vorhergesagten und dem gemessenen y. Ich quadriere dies und summiere das über alle Werte auf. Und genau dieser Wert, der dabei entsteht, soll minimal werden. Ich zeige das dir nochmal an der Geraden. Ich habe hier zum Beispiel den gemessenen y-Wert und das ist mein vorhergesagter. Und diese Differenz, die man dann quadriert, soll minimal werden und das für jeden Punkt, den ich eingezeichnet habe. Bei 8 wäre das zum Beispiel dieser Abstand, der quadriert wird, oder für 5 dieser Abstand. Anhand dieses Optimierungskriteriums wird also eine lineare Gerade konstruiert und die hat einen Nutzen. Nämlich, dass wenn man andere Menschen zum Beispiel nach ihrer Körpergröße, also man hat ein gegebenes x befragt, das Körpergewicht in Kilogramm vorhersagen kann. Nämlich mit dieser Geraden, die nach diesem Optimierungskriterium erstellt wurde. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, was eine lineare Regression ist. Und ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg beim Lernen. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.